Wer hat denn da oben diese ganzen Dinger getriggert? Wer war das? Was ist denn getriggert? Diese Giftexplosion scheiße. Ich kann nur den Baster von der Trude machen, ja. Oh, das kann ich nicht mehr kriegen. Was ist denn da mit deinem Event aufrufen? Das ist aber sicherlich kein Exkursion zu sehen. Das kann hier sein, das Event, aber es ist eh... Da muss ich ja nochmal sagen. Was haben wir noch? Immer noch kein einziges... OILER, das gibt's doch nicht, ja? Hier ist das letzte Pack. Da ist das Event übrigens. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Das sind zwei Packs. Oh, schön. Leck. Oh, ja, Leck. What the fuck? Ja, super. Das ist Leck, das ist das Event plus zwei Packs jetzt hier. Ja, das sind meine zwei Minuten auf das, das sind das gerade, ja. Das wird dem Hardcore tödlich enden können. Und ja, naja, gut, weil ja, ja. 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 Ja.